Ja, die Lichtgestalt MC Smoke ist hier gerade in Mörs und ich gebe jetzt ein Interview für die NRZ, eine super tolle Zeitung und ja, mal gucken, was für Fragen kommen werden. Da bin ich immer ganz gespannt. Also schaut zu! Ja, aber meine derzeitige Lage kann man sagen. Generell andere Rap-Brucks sehen mich ja als wie vor allem Superstar und somit eigentlich hauptokal gesehen die Nummer 1. Und dann natürlich, die anderen wollen dann jemanden Stress haben, muss ich sagen, weil sie halt neidisch sind. So, das ist noch so hart. Auch mal für meinen Vlog, für alle Frauen. Ja, alle. Ja, ich bin jetzt Freitag in Köln, wo der Essenfabrik geauft wird. Dann bin ich mit den Publizleuten auf der Straßenparty am 22. und dann saßen meine Geldern da irgendwie abends aktiv. Und dann am ganzen Tag später auch nochmal Straßenratten machen. Und das sind jetzt im Juni meine drei Gigs. Soll natürlich immer noch mehr werden. Ich denke, meine drei jetzt gesegnete Gelder an dem Geben habe ich das Maximum. Ich tratze ich gerade am Maximum. Ich denke, man kann kaum erreichen. Yo, MC Smoke jetzt hier gerade im Benza von meinem Chauffeur. Ihr kennt ihn bestimmt alle. Und ja, der hätte mir jetzt ein super Geschenk gemacht. Ich hoffe, ich kann das jetzt so in die Kamera zeigen. Ein Handtung ist das. Gibt's da mit Panoramatönen drauf. MC Smoke on Cover. Und da steht hier noch drauf. Teotus. Win this bitch. Shoutout auf der Stelle an Brand New Arts. Das Bersio. Flo Ultra, Schnippepilz und alle anderen. Ihr wisst Bescheid. Hier steht noch MC Smoke. MC Smoke Entertainment drauf. Und unser Shop ist jetzt bald endlich irgendwann online. Und da könnt ihr die super tollen Sachen kaufen. Die super tollen Sachen kaufen. Das ist doch Quatsch. Wir rasen hier mit 200 Sachen durch die Gegend. Denn Zeit ist Geld, Freunde. Das müsst ihr euch merken. Zeit ist Geld. Und wir wollen ja viel Geld machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Musik. Musik. Isst止.